Ey, Bennett, mir ist was aufgefallen. Ey, was denn? Ja, bei Jack Atlas' TDGP-Deck. Ja. Da ist ein Stufe-7-Synchromonster, das braucht ein Non-Tuner-Dragon-Type-Monster. Aber wir haben nur ein Non-Tuner-Dragon-Type-Monster drin, der ist Stufe 5 und wir haben gar keinen Stufe 2-Empfänger. Das heißt, man kann ihn gar nicht beschwören, weil der Synchromonster ist ja Stufe 7. Mann, das ist ja komplett bescheuert. Was machen wir denn da? Hat er irgendwas gespielt? Ja, den Dread-Dragon, den können wir spielen. Den Dread-Dragon? Aber der sieht ja nett aus. Ja, das ist ein netter Drache. Und was nehmen wir dafür raus? Ah, Uhrenresonator ist nicht so gut, weil der ist eigentlich nur im Anime gut, weil man da halt in offener Verteidigungsposition beschwören kann. Ja. Und Red Kuckoo ist jetzt auch nicht die beste Karte. Ich würde sagen, die nehmen wir dafür raus. Also einen Red Kuckoo. Einen Red Kuckoo und einen Uhrenresonator weg. Oh, und dann kommen zwei Dread-Dragon rein. Ja. Dann kann man nämlich auch die Stufe 7 da beschwören, genau. Mensch, das ist ja cool. Dann haben wir jetzt ein besseres DGP-Deck. Yay. 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 Yay.